Was ist der Sinn des Lebens, was ist Individualität und was ist Persönlichkeit? Unsere Ahnen haben gesagt, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass die Jifatma in diese Welt als Individualität kommt, denn sie ist ein individuelles, selbstleuchtendes Teilchen des Allmächtigen und am Ende des Evolutionsprozesses kann sie zu einer Persönlichkeit werden. Was ist der Unterschied zwischen der Individualität und der Persönlichkeit? In den Veden wird das folgenderweise erklärt. Nehmen wir an, ich habe meine individuelle Lebenserfahrung, das was ich weiß, weiß außer mir keiner. Genauso verhält es sich mit jedem anderen Menschen, das was er weiß, weiß kein anderer außer ihm. Deswegen sind wir alle Individuen. Aber wir alle sind ein untrennbarer Teil der Natur oder des Familienstammes. Ich kann außerhalb meines Familienstammes nicht existieren. Folglich weiß mein Familienstamm alles, was ich weiß. Genau so weiß der Familienstamm alles, was jeder Mensch weiß, der zu diesem Familienstamm gehört. Deswegen ist der Familienstamm eine Persönlichkeit und ich bin ein Individuum. Und damit ich als Jifatma selbst zu einer Persönlichkeit werden kann, beginne ich am Anfang meiner Evolution um mich herum genau solche Jifatmas zu versammeln. Ich beginne damit, zu den anderen Jifatmas eine Wechselbeziehung aufzubauen. Ich bin jetzt die dominierende oder anders gesagt, ich bin die führende Jifatma und sie sind meine Untergebenen. Wenn ich mich meinen Untergebenen gegenüber wie ein richtiger Monarch, wie ein fürsorglicher Vater verhalte, wenn ich mich um die Sorgen und Nöte jeder Jifatma kümmere, wie sich ein guter Monarch um die Sorgen und Nöte seiner Bürger kümmert, dann entsteht eine vertrauensvolle Beziehung zwischen mir und meinen untergebenen Jifatmas. Das kann man folgenderweise veranschaulichen. Nehmen wir dazu ein Beispiel mit der Nahrung. Beispielsweise möchte ein Apfel, dass ich ihn esse. Er sagt, iss mich. Aber warum möchte er das? Er weiß ganz genau, dass wenn ich ihn esse, er dann, ohne seine Evolution im Pflanzenreich abzuschließen, am Tierreich vorbei, sofort in das menschliche Reich gelangen kann. Die Jifatma, die diesen Apfel geschaffen hat, bekommt die Möglichkeit, im menschlichen Reich zu evolutionieren. Ihre Evolution wird stark beschleunigt. Und sie ist sehr daran interessiert, möglichst schnell zu evolutionieren. Ich sage dann, gut, ich nehme dich unter meiner Obhut auf, werde dich in mein Reich integrieren und verpflichte mich, deinen Evolutionsprozess zu beschleunigen. Das heißt, ich führe dich zu deinem finalen Ziel, zum Ende deiner Evolutionsentwicklung. Wenn ich mich meinen Untergebenen gegenüber selbstsüchtig und verantwortungslos verhalte, wenn ich sie für meine eigenen egoistischen Ziele ausnutze, ihnen keinen Lohn zahle, mich nicht um ihre Sorgen und Probleme kümmere, mich also ihnen gegenüber wie ein Diktator benehme, dann gehen meine Untergebenen irgendwann auf die Barrikaden und veranstalten einen Aufstand. Das äußert sich dann im Körper in Form einer bestimmten Krankheit, abhängig davon, welche Jifatmas ich schlecht behandelt habe. Sie sagen zu mir, du sorgst dich nicht um uns, zahlst uns keinen Lohn, das heißt, versorgst uns nicht mit genügend Lebensenergie. Und deswegen veranstalten wir einen Aufstand. Das bezeichnet man als Krankheit. Wenn ich mich aber um meine Untergebenen kümmere, wenn ich mich um jede Körperzelle, um jedes Atom, um jede Jifatma in meinem Körper kümmere, dann bekomme ich die Möglichkeit, auf eine erhabene Beziehungsebene zu ihnen überzugehen. Das sind mit Liebe gefüllte Wechselbeziehungen, wo ich mich mit jeder anderen Jifatma in meinem Körper identifiziere und wo ich begreife, dass sie ich sind, dass es hier außer mir niemand anderen gibt, denn sie sind ich. Genau wie ich ein Teil der Natur bin. Und die Natur nimmt mich als einen Teil von sich selbst wahr. Wenn ich die Natur, die anderen Menschen und alle anderen Lebewesen als einen Teil von sich selbst wahrnehmen werde und mich um ihr Wohlergehen kümmere, mich ihnen gegenüber wohltuend verhalten werde und ihnen Nutzen bringe, dann wird das ebenfalls wohltuend für mich sein. Und wenn ich so eine Weltanschauung auf meinen eigenen Körper projiziere, dann begreife ich, dass ich mir selbst nur dann einen Nutzen und Wohlergehen bringen kann, wenn ich mich um das Wohlergehen jeder einzelnen Jifatma in meinem Körper kümmere. Und dabei entstehen mit Liebe gefüllte Wechselbeziehungen zwischen mir und allen Jifatmas meines Körpers. Das ermöglicht mir, zu ihnen eine starke Verbindung aufzubauen. Sie werden von meiner Fürsorge und von meiner Liebe so durchdrängt, dass sie bereit sein werden, ihre individuelle Erfahrung an mich weiterzugeben, damit ich sie nutzen kann, denn ich werde diese Erfahrung zu ihrem Vorteil nutzen. Wenn ich also auf diese erhabene Ebene der Wechselbeziehungen zwischen mir und den anderen Jifatmas übergehe, dann geben sie all ihre angesammelte Information an mich weiter. Auf diese Weise entsteht am Ende des menschlichen Evolutionsprozesses der Lichtkörper. Wenn die Jifatmas aller meiner Körper, denn die feinstofflichen Körper bestehen genauso aus Jifatmas wie der physische Körper, ihre ganze angesammelte Information an mich, also an die oberste Jifatma weitergeben, wird ein Prozess eingeleitet, bei dem sich alle meine Körper und Hüllen in einen einzigen Lichtstrahl transformieren. Und dieser Lichtstrahl kann sich jetzt in der Jif-Welt, also in der materiellen Welt, beispielsweise als ein Stern oder als eine Sonne manifestieren. Das heißt, die Jifatma geht auf eine höhere Stufe über, sie kann bereits im kosmischen Maßstab evolutionieren. Denn woraus bestehen die Sterne? Sie bestehen auch aus Körpern und Hüllen, die wiederum ebenfalls aus einer unendlichen Anzahl an Jifatmas bestehen. Und wenn die Jifatmas ihre Erfahrung und ihre Eigenschaften an mich weitergeben, dann kann ich zu einer Persönlichkeit werden und kann dann meinen Evolutionsprozess bereits im kosmischen Maßstab weiterführen. Oder ich kann auch außerhalb dieses Weltalls weiter evolutionieren, so wie man möchte. Aber das Wichtigste dabei ist, dass ich die Eigenschaften einer Persönlichkeit erlange und die Möglichkeit bekomme, persönliche Wechselbeziehungen mit meinem Familienstamm, das heißt mit dem Allmächtigen, aufzubauen. Der Allmächtige ist eine unermesslich große Persönlichkeit und ich bin eine kleine Persönlichkeit. Und weil ich bereits die Eigenschaften einer Persönlichkeit habe, kann ich in einem wesentlich größeren Umfang die Bestrebungen, die Wünsche und die Absichten meines Familienstammes wahrnehmen. Ich kann somit auf einer höheren Evolutionsstufe wesentlich umfangreicher der gesamten Weltschöpfung dienen. Über diesen spirituellen Transformations- und Aufstiegsprozess steht in den Veden folgendes. In dem Augenblick der Erleuchtung und der geistigen Eingebung, wenn der Schein des Mondes den nebelbedeckten Fluss erhält und am fernen Ufer etwas bis dahin Unbekanntes aufglänzt, musst du versuchen, diesen Glanz der Dunkelheit zu entreißen und du wirst dem Geheimnis der Schöpfung näher kommen. Der Augenblick dieses Glanzes ist hundertmal wertvoller als das gesamte Leben eines Geldverleihers, eines Narren, eines Dichters oder als dein Leben, oh Mensch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017